Ja, zunächst einmal war es natürlich sehr schwierig, weil die Vorgaben ja vom Land Niedersachsen ganz klar gesagt haben, dass ein Individualsport nicht angeboten werden darf. Daraufhin haben wir dann ja uns mit dem Landkreis Vechter in Verbindung gesetzt, nachdem dann Urteile rauskamen in Hannover und in Göttingen, wo Fitnessstudio-Betreiber Individualsport anbieten durften. Und daraufhin hatte man uns aber gesagt, dass das im Landkreis Vechter nicht möglich ist, dass die sich ganz klar an die Vorgaben des Landes Niedersachsen halten. Ja, und bis vor einer guten dreiviertel Stunde war das dann auch der Fall. Und dann kam eine E-Mail, in der uns mitgeteilt wurde, dass wir dann jetzt doch Individualsport anbieten dürfen, wenn wir ein entsprechendes Hygienekonzept vorweisen können. Das Konzept gibt ganz klar vor, dass es ein Individualsport ist, das heißt eine Einzelperson oder zwei Personen aus einem Haushalt. Und die Person darf dann dieses Fitnessstudio bei uns nutzen und wird dann auch von uns individuell betreut. Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Und wir können dann darauf aufbauen. Und wir haben sicherlich noch einige andere Dinge in der Hinterhand, die wir dann auch umsetzen wollen. Es ist natürlich für uns wichtig, unseren Mitgliedern auch zu zeigen, dass wir hier vor Ort sind, dass wir für sie da sind und dass wir ihnen natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, auch die Möglichkeit eines Trainings einfach zur Verfügung stellen möchten. Aus wirtschaftlichen Aspekten ist es so, dass eine 1 zu 1 Betreuung sicherlich keinen Sinn macht. Es sei denn, man würde halt Stundensätze nehmen, die sich im Bereich zwischen 50 und 100 Euro bewegen. Und ich denke, das ist für die meisten halt auch nicht leistbar. Konkret werde ich hier, denke ich, dreimal in der Woche acht, vielleicht zehn Stunden anbieten, sodass wir zumindest einen Teil unserer Mitglieder diese Anlage zur Verfügung stellen können. Uns ist natürlich auch völlig klar, dass wir nicht alle Mitglieder damit erreichen werden. Aber wenn die Möglichkeit besteht, wollen wir sie auf jeden Fall nutzen und unseren Leuten hier die Möglichkeit geben, sich wieder körperlich betätigen zu können. Weil sicherlich gibt es jede Menge, die danach sechzen, sich endlich wieder einem vernünftigen Training oder ein vernünftiges Training durchführen zu können. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!